Bad Krotzingen im Markgräfler Land in Baden-Württemberg zählt rund 21.000 Einwohner. Die Stadt liegt nur 45 Kilometer entfernt vom Flughafen Basel und ist mit Bahn sowie Bus leicht zu erreichen. Bad Krotzingen verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur. Die Stadt bietet viele Wellness- und Naherholungsmöglichkeiten wie zum Beispiel den Golf Campus, wo jeder Club frei und ohne Vorkenntnisse Golf spielen kann. Die Gesundheitsstadt Bad Krotzingen vereint Spitzenmedizin mit dem Universitätsherzzentrum und der Firma Almicro, welche sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb innovativer Endoskopieprodukte konzentriert. Nun entsteht am Kotzinger Weg ein neues Gewerbegebiet mit einer Fläche von circa 90 Hektar. Derzeit baut hier das renommierte Unternehmen SIKO, welches für fünf Jahrzehnte Erfahrung unterschiedlichster Messaufgaben steht, einen weiteren Firmenstandort. Das Gewerbegebiet am Kotzinger Weg hat einen direkten Autobahnanschluss zur A5 und verfügt bereits jetzt über eine Glasfaser-Infrastruktur. Bauen Sie mit uns Ihre Zukunft!